Das wird für alle Kategorien zusammen sein. Frankreich, dreimal Italien, Slowenien. Anschließend Deutschland, Spanien, Österreich. Und das war der Startschuss von Alexander Vosmaier. Die Masters, ein buntes Starterfeld, geht hinaus. Uau! Ja, da geht es! Rie, hast du hier? Ja, da geht es! Alles! Das ist ein paar, das ist ein paar Hände. Rie, hast du hier? Rie, hast du hier? Rie, hast du hier? Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Bravo! Ja, ja! 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 Ja! Ja, ja! 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 Ja, ja! Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja! Das ist Basi Sia, Aberte Guglia, europäischer Champion in his class. Vize-Europameistertitel eingeheimst, bravo Marcel Grüna. Willkommen 401. Das ist Jose Guglian, Baron Juste.